Hallo und herzlich willkommen bei Feels Like Adventure. Wir sind Diana und Hauke und wir befinden uns gerade auf unserer Langzeitreise durch Europa. Aktuell fahren wir hier mit unserem Käfer Kalle und dem Dachzelt entlang der Atlantikküste durch Frankreich. Ja und im letzten Video haben wir verzweifelt nach einem Campingplatz auf der Ile Doloran gesucht. Es ist absolute Hauptsaison und wir buchen eigentlich nie vor. Ich glaube auf dem achten Campingplatz hat es dann geklappt. Wir haben einen Platz für die Nacht gefunden und die Dame an der Rezeption hat uns sogar Hoffnung gemacht, dass wir eventuell am Morgen, also heute, ja einen Platz für noch weitere Tage finden. Aber die Hoffnungen waren groß, die Enttäuschung dafür umso größer. Das hat leider nicht geklappt, das heißt wir packen jetzt gleich wieder zusammen und müssen uns wieder auf die Suche geben, begeben nach dem Campingplatz. Das ist ziemlich anstrengend und drückt gerade voll die Stimmung, weil eigentlich wollen wir ja die Ile Doloran erkunden und nicht auf der Suche nach Campingplätzen einen nach dem anderen Campingplatz abfahren. Wir müssen allerdings diesmal nur einen Platz für eine Nacht finden, weil ab morgen könnten wir dann theoretisch wieder hier hin, wobei wir dann einen besseren Platz bekommen, weil hier, man sieht es gar nicht so richtig, aber wir stehen total schräg, aber egal, Hauptsache einen Platz gab. Also wir gehen mal auf Besuche und dann wollen wir noch die Ile Doloran erkunden. Musik Wir haben es tatsächlich geschafft, ich glaube, das ist jetzt der 8. oder 9. Campingplatz, den wir heute Morgen, oder wir haben ja jetzt irgendwie schon nach 13 Uhr, glaube ich, angefahren sind und haben jetzt endlich einen Platz gefunden. Jetzt bauen wir langsam auf, kommen erst mal an. Wir haben übrigens einen wunderschönen Ausblick hier, eine Reihe noch vor uns und dann direkt der Blick aufs Meer und es riecht so schön nach Meer. Aber jetzt bauen wir erst mal auf und danach gucken wir mal, was hier so in der Nähe ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt hier so ein bisschen durch den Ort St.Denise Dolorand geschlendert. Der hat irgendwie, zumindest haben wir es noch nicht gefunden, nicht so super viel zu bieten. Der Strand ist ganz nett, da gibt es so bunte Umziehhäuschen, mal sehen, da war es ziemlich voll, deswegen haben wir das nicht gefilmt. Obwohl wir das euch später nochmal zeigen. Aber jetzt ist gerade Ebbe und hier entsteht einfach ein Watt, ein Wattenmeer. Nämlich zwischen der Ile Dolorand und dem Festland und so ein bisschen Ile de Reh geht das Wasser eben wie im Wattenmeer auch. Oder naja, vielleicht nicht ganz so extrem wie im Wattenmeer. Aber es geht einfach sehr weit zurück. Und da das Wasser hier sehr flach ist, kann man dann einfach, wie Jochen Schliemann immer von Reisenreisen zu sagen pflegt, auf dem Meeresgrund spazieren gehen. Und wie geil ist das bitte? Ja, wir schlendern hier so ein bisschen rum, gucken uns so ein bisschen um, was wir sehen, was wir finden. Die Franzosen allerdings machen es anders. Genau, die sind nicht hier und gucken einfach, was es für tolle Sachen zu entdecken gibt, sondern die suchen ganz gezielt mit Haken und Klopfen und alles nach Austern unter anderem. Ja, unter anderem. Genau, also auch noch ganz viel anderes. Krebs gibt hier Muscheln und sowas alles sicherlich. Und bereiten sich die dann selber zu und man darf, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, tatsächlich auch pro Tag und pro Person fünf Kilo Meeresfrüchte einsammeln und die dann auch selber zubereiten. Wenn man denn weiß, wie es geht, was und wonach man suchen muss. Ja, es gibt so ein paar Regularien, glaube ich, von Mindestgröße und so weiter. Es nennt sich Pech-a-Pied oder O-Pied, also einfach Angeln zu Fuß sozusagen. Ist ein ganz lustiges Konzept und man sieht hier wirklich eine ganze Menge davon unterwegs. Das ist ein ganz lustiges Konzept. Jetzt sitzen wir im Dachzelt hier auf unserem Platz, den wir uns ja auch heute wieder hart erkämpft haben. Der Tag war recht unspektakulär. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, wir waren im Watt. Und jetzt gehen wir relativ früh ins Bett, weil morgen früh steht mal was richtig Cooles an. Und ich würde sagen, jetzt gehen hier im Dachzelt die Lichter aus. Und dann sehen wir uns morgen früh. Guten Morgen. Wir stehen jetzt hier in einem Industriegebiet vor einer Lagerhalle in Chateau-Dolorand. Denn hier geht unser Abenteuer auf der Ile-Dolorand los. Wir werden die heute entdecken, aber nicht mit dem Käfer, nicht zu Fuß, sondern, naja, seht ihr ja. Wir werden die Lagerhalle in Chateau-Dolorand los. Wir werden die Lagerhalle in Chateau-Dolorand los. Wir sind nämlich heute mit Mofas unterwegs, genauer mit Mobiletten, französisches Produkt. Und das passt auch sehr gut zu unserem Motto der Reise, weil wir reisen ja so ein bisschen auf den Fußstapfen meiner Eltern. Naja, zumindest im letzten Video haben wir das ja mal erklärt. Und auch das hier passt perfekt, nämlich die orangene Mobilette, ich glaube ein Modell N150. So eine hatte meine Mutter auch mal, als sie Jugendlicher war. Also es macht hier alles, der Kreis schließt sich oder so. Jetzt machen wir hier gerade einen Stopp. Hier sind nämlich so kleine Fischerhütchen, ehemalige Fischerhütchen, die alle jetzt bunt angemalt sind. Und da sind jetzt kleine Shops von Künstlern und von, ja, so kleinen Manufakturen wohl drin. Da schlendern wir mal durch und gucken, was wir so sehen. Und da sind wir mal durch und gucken, was wir so sehen. Und da sind wir mal durch und gucken, was wir so sehen. Und da sind wir mal durch, was wir so sehen. Und da sind wir mal durch, was wir so sehen. Wir sind jetzt am nördlichsten Punkt unserer Tour angekommen, nämlich am Fard du Chassiron, dem Leuchtturm von Chassiron und wir haben die Mobiletten hier hinter uns geparkt. Ich muss schon sagen, es macht einfach nur mega Bock, aber ich glaube, Diana kann da noch mehr zu sagen. Die ist ja vorher noch nie Mofa, Moped oder ähnliches gefahren und hatte so ein bisschen Rammel davor. Ja, es war ja auch erst mal dann Probefahren auf dem Hof so ein bisschen und dieses ja erst mal starten und überhaupt mit dem Gas geben und Kurven fahren und so, das ist schon echt komisch. Aber so mit der Zeit muss ich sagen, man gewöhnt sich ja dran und man sagt, oh mal Vollgas und so und das macht schon echt Bock und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, sowas auch vielleicht öfter zu machen. Also die nächste Tour nicht mit dem Käfer, sondern mit dem Mofa an die Atlantikküste. Wer weiß. Jetzt erst mal was zu trinken wollen. Genau, gucken wir uns hier erst mal um und hoch. Wir sorgen uns was zu trinken. Wir sorgen uns hier im Hof. Ja,ository zum Appen 1 Rao 2 2 1 1 1 2 3 4 1 1 5 6 1 1 Kleiner Sightseeing Stop ist erledigt, wir satteln wieder auf und fahren weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Auch ganz schön war mit dem Fahrt Wind an diesem Tag heute. So lange man gefahren ist. Genau. Der Hintern tut weh. Wir fahren jetzt zum Campingplatz. Den haben wir uns ja zum Glück gestern schon gesichert. Das heißt, da werden wir heute keine Odyssee mit haben. Fahren einfach drauf, genießen den restlichen Tag und chillen. Und da es da wahrscheinlich nichts Spannendes mehr zu sehen gibt, sagen wir an dieser Stelle auf Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht, Daumen hoch zu machen. Glocke aktivieren. Unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. So, und jetzt Eis. Eis. Oder Eis, nicht Shake. Nicht Shake. Ja. ? Das hat das das HaST mitfest. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.